Musik 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 Wieso hast du das denn gemacht? Ich bin verbrannt Ja, aber warum? Weil ich in die Lava gefallen bin Ja, aber das war doch Absicht Ja, natürlich Weil ich schauen will, wie viel man für eine Feiner gebraucht Hast du irgendwie einen psychischen Schaden oder so? Was sollte das denn gerade? 20 Stahlbarren und 450 Pixel und 20 Kohle, okay Du kannst mir erstmal so viele Diamanten geben, dass ich mir auch einen Bohrer herstellen kann Nicht, dass du da gleich alles wegwirfst Ich doch nicht Äh, ab welchem Tier gab's ein Ich bin eh nicht fliegen Und wir sollten sowieso Jetzt erstmal primär auf die Spitzhacken investieren Beide Ja eben, deswegen mach ich ja die Refinery Weil mit der Refinery kann ich ja mehr Geld haben Mit mehr Geld krieg ich gleich Ach, und ich hab dann immer noch die Silberdinges Okay, okay Ja klar Oh, was ist das für ein hässlicher Planet? Alter Ja, ich bin auch mal ein Laveplaneten Der fängt schon am Anfang mit dem härtesten Gestein an Das ist schon aber leidig's mein Nein, nein, keine Panik Auf der Titanic Acht fuel, wo können wir fliegen, Captain? Oh, ne! Melting, melting Melting, 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 melting Melting, melting Legen wir mal zu dem Schneeplaneten Oh, heidewitz Heidewitz So Planet So, ich such mir noch ein bisschen Kohle Hey, wir können aber auch einfach hier zu den Nachbarplaneten gehen Das ist nämlich ein Dschungel Ich kann so den Boden checken Wer hat sie direkt sieht? Weißt du, du kannst doch zum Nachbarplaneten gehen Oh, ich bin tot Ja, mache jetzt Ist das hier nicht auch ein Dschungelplanet? Keine Ahnung Vielleicht war auch der... Ah! Oh, ein Boss Oh, ein Boss Der mich fast gewonnetet hat Drei doch noch mehr Erschreckt doch unsere ganzen Zuschauer zu Tode Genau, jetzt bist du auf einmal acht Jahre näher Ja, ich rechne in Jahren, Leute Du bist acht Jahre näher? Ja Vor allem, das sind zwei davon Ich bin tot, 115 Schaden An der Oberfläche oder in der Höhle? Ja, direkt, direkt oben Okay Sobald du da bist Krass War up to planet War richtig fette Föschel Ja, ich habe die Feinde besiegt Boah Boah, was ist denn los mit dem hier? Cool, kein Loot Das ist schon mal sehr toll Dann Kohle Ey, warte mal Riesen Du hast mir mein Bett jetzt geklaut Weil ich habe ja gedacht, das wäre mein Zuhause Hä? Wo hast du mein Bett hingetan? Ne, ich habe es nicht abgebaut Ich habe noch meins Meins, ich hatte das Bett auch Das habe ich noch Meins auch noch? Ne, die würden sich ja stapeln hätte ich deins Hä? Und wo ist meins dann? Ich habe meins ja aufgestellt gehabt Ja Der klaut der mein Bett Ich habe es nicht geklaut Vielleicht habe ich es in deinen Spind reingelegt Der klaut immer meine Sachen So, ich gehe zum Nachbarplaneten, falls du mich suchst Okay, ich bin noch auf dem Planeten, wo du bist Also, lass mich ruhig zurück Ich lasse einfach da Ist mir doch egal Dankeschön Kein Problem Immer wieder gern Ist das Kristall oder ist das Diamant? Holiday Spirit Die Lampe ist ganz cool Ich folge jetzt hier Erkunden Also, die Jagd gerade eben war auch sehr erfolgreich, muss ich sagen Ich habe irgendwie minus 500 Pixel gemacht Hat sich schon gelohnt Oh ja Klingt nach einer Was ist das? Äh, ein Rit-Organ Okay, was ist das? Ein Instrument Oh Sag mir aber nichts Organ? Organ hört sich wieder so nach Piano an Ja, es sieht auch aus wie so ein Äh, so ein Wie heißen denn diese tragbaren Pianos? Diese Keyboards Keyboards, ja Das sieht aus wie ein grünes Keyboard Komm auf mein Schiff Komm auf mein Schiff Ich bin grad unterirdisch Komm auf mein Schiff Wie denn? Ich bin grad total unterirdisch Musst du dich töten Warum fand ich Pixler? Ein Ha Ja, komm Ich habe keinen Bock mich hoch zu Weg nach oben zu suchen Komm, töte mich Bestie Erschlage mich Erschlage mich doch Dann komm runter zu meinem Planeten Bin direkt am Start eigentlich Ein bisschen weiter links vielleicht Ich wollte mich nicht töten Ach du Scheiße Was sind das denn für Viecher? Boah Ultra Hardcore Mops Kann ich mich nicht hochgraben? Okay Ich krieg immer nur Holiday Spirit Ja Ha, geil Sehr nett Ja, es hat mich getötet Es hat mich gebisst Gebisst Teleportier To German Displace Sheep Oh, oh Oh, oh ja Nochmal Holiday Spirit Geil Alter, ah Hilfe Ah Ah, die haben Tumore am Kopf Danke, du hast alle Pixel genommen Ich hör nichts Ich hör nichts Ich schon? Meine Zuschauer auch? Und was ist es? Keine Ahnung Klingt wie so Ich hör nichts Ja, ich spür auch gerade noch nichts Machen wir Super Mario? Vielleicht auch nicht Was hast du denn immer, dass du nichts hörst? Ich hab halt ne Ahnung Was hast du? Warte Ne Fight Was hast du? Was? Fight Hast du das? Nee Jetzt hab ich mehr Weihnachtsslieder im gesamten Jahr gehört, als sonstwo in Starbound und vor lukas alles gerade ein server da habe ich auch das gefühl dass du da die vor die vorteile also wirklich ach du scheiße ja ich brauche so mit vier beiden vorteil heraus ziehen können ja ich habe nicht wirklich viel erz ja du kannst ja eine investition fürs leben ja keine ahnung das ist total behindert man deswegen habe ich ja gerade nur minus pixel gemacht ich habe wieder acht million holiday spirit glaube ich dann droppt einer und dann droppt er 25 pixel mal lohnt sich hier richtig meint sie die andere gepätscht dass man weniger kriegt der richtig dumm glaubst du ich hab das mein essen ich habe mein essen weggepackt hätte mich schon dezent gestört hätte ich mein essen weggepackt und voller absicht mit voller unbeabsichtigung so ich höre etwas böses im bus ja es hat mich gerade ein paar mal gebissen ah oh die buffdinger funktionieren gar nicht mehr also das geht ihr da unten ab du wieso sterben oh cool meine pixel zehn stück richtig lohnt sich ja richtig irgendwie schon die feinde am feuer mehr verloren immer so ah ah nein wie dumm ey ich will kein holiday spirit ich auch nicht kann auch alle item schon noch zwei minuten davon kraften auch noch zehn pixel oder so von wie viel habe ich denn gerade schon wieder 36 holiday spirit man ich hab dir schon 30 gegeben ich hab selber schon wieder 27 und ich hatte alle verbraucht so ich brauche bandagen hast du dafür macht zufälligerweise die heilen doch auch kaum noch naja geht ich kann mich damit über wasser halten okay ich nicht oh nein oh nee 15 stück wo ich habe ausgefunden okay wir haben die refiner ja jetzt gut jetzt gut ich weiß noch nicht wo ich sie hinstellen so ach statt den weihnachtstisch da direkt so wie krieg ich denn für 15 diamanten oh 200 pixel pro diamant was alter der geil schmelzen noch ein paar mehr ein 2200 2400 2600 2800 3000 3200 ich glaube ich mache mir die diamant spitzsacke sollte ich nicht so brauchen ja eben ich brauche auch noch nein ich muss für die diamant spitz ja ja ich weiß ja meine ich auch habe ich ja schon davor gesagt hör auf alles direkt da reinzustecken und haben wir nichts mehr ist etwas kontraproduktiv krass wie viel man einfach rauskriegt was ist das hier ist ein spaceship alter oh mann und eckt spaceships und die ganz ganz klein war das noch eins oh mein gut oh mein gut hier oh mein gut krass ey neun diamanten darf ich noch einschmelzen was hier abgeht ey dicke pette party ja party zu party zu party zu party so wie viel bringt ein diamant erz 100 alter oh mein gott ohne nene 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 auch cool kein loot nice doch für macht sich pixel wow 3 4 ups ja aber nicht dass ich das überleben werde leute die geballte ladung action wartet hier ach du scheiße und diamant bohrer ich will auch ich will auch kraft so ich komme mal zum schiff hallo hallo ich habe noch zwei diamanten also 200 erz 200 ja gar nicht wahr hei braucht man vier du brauchst 20 diamanten um den bohrer zu kraften an sich schon ne ja hab ich habe gar keine anscheinend ja ich habe noch sieben diamanten ooooh das hat er genau das gemacht wovor ich ihn gewarnt hatte du hast mir einen diamant bohrer gemacht nein die diamanten dafür verschwendet dass man äh mehr pixel bekommt ja klar sonst hätte ich mir den bohrer nicht leisten können ja du willst du ein anderes erz haben oder nicht ja das jemand bringt das meiste eben geil geil ja super bohrer ich bin mal gespannt wie ok so schnell ist der jetzt auch nicht mehr würde ich jetzt auch sagen erstmal gerade runter graben das ist der neue planet oder ja ja den kennst du noch nicht dann lerne ich ihn jetzt kennen hallo planet wollen wir freundlich sein na oh hier kommt sehr sehr lange sehr viel erde ja möchte ich ein bisschen nach rechts und nach links gerade runter oh gar keine richtung so gesehen also naja links war noch ne basis ne fette kann man sich aber ich habe ja die linge halt auch noch anschauen die fette basis da und so weiter geht mit der geschwindigkeit bin ich gleich haben in der mitte des planeten bevor ich überhaupt hier anfangen konnte zu erkunden Kann der Kies mal aufhören? Kann der Kies bitte... Kies, bitte... Kies! Kies! Stopp! Danke. Jetzt hab ich den Kies aber auch merken lassen. Ich mag Richard Kies. Den meinte ich nicht. Ich? Manus Weltbild wurde soeben zerstört. Konnt ihr denn nicht mögen, oder? Hä? Alter, ich kann mir noch nicht mal den Gold Drill holen. Ja, es ist toll. Warum? Was wählt ihr für den? Pixel! Hast du nichts zum Refinen? Nö. Hm. Aber Offscreen Diamantenfarmen dafür lohnt sich in der Hinsicht, aber es verkürzt doch die Spieldauer. Hm. 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 Na. Ja, vor allem... Äh... Ich hab jetzt gerade auch gar keine Möglichkeit meine HP aufzufüllen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mach. Du gehst auf den Planeten und baust ein paar Lanken ab. Ah... Machen wir nicht noch welche? Nee, anscheinend nicht. Okay. Ach, der Diamantbohrer war schon geil. Aber ich hatte am liebsten noch so irgendein Überwerkzeug. Krieg dir doch eins. Ja. Ja, man könnte ja auch einfach in den Dateien vom Spiel rumschrauben. Biet mal tausend. Millionen. Ja. Genau das. Dann wäre alles mit einem Klick kaputt. Hm, irgendwie macht es so Piep-Piep-Geräusche. Jetzt würde ich gerade ertrinken. Oh, ich werde fast ertrunken. Ist aber schon cool, wie die, äh, also man sieht schon den Unterschied vom einen zum anderen Planeten. Äh, wie die? Vom Design her meine ich. Jo. Das ist echt schön gemacht. Ja, Diamant hin. Wenn ich gleich mit meinem Diamantbohrer abdiamant hin. Aber Diamant plus Diamant gleich. Google. Was passiert damit? Äh, was geht denn hier ab? Ja gut. Ich, äh, RZT vielleicht gleich noch rum oder vielleicht machen wir eine Aufnahme-Weiß-Pause. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal bei Starboon. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.